... ... ... ... Hallo, hast du was gesehen da oben? Hast du was gesehen da unten? Ständig Feuer, ja, irgendwas muss da sein, aber... ...sehen tue ich nix. Mein Team-Mate sagt also, es sind Gegner da. Aber ohne Zielfernrohr kann er sie nicht sehen. zum icki Es hagelt Sperrfeuer, die haben mich gesehen. Das wäre cool, wenn du da ein bisschen reinhalten kannst, so dass ich hochkommen kann. Die Gegner haben auch einen Sniper, man sieht, wie seine Kugeln mich nur knapp verfehlen. Zu wenig Zeit zum Zielen, meine Feuerunterstützung weiß nicht genau, wohin sie schießen muss. Darf ich mal kurz? Wenn das okay wäre. Aber du hörst das, oder? Ja. Dankeschön. Ui, ist aber nice. Oh, mit Punkte, okay. Dankeschön. Der Sniper ist weg, aber es gibt noch genug andere Gegner. Ich liebe diese Birke. Das ist ein guter Birke. Der kommt von weiter unten. Der kommt von der Straße. Ah, hit. 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 Oh, die ist weg. Oh, das ist weg. Oh, da war die动ste. Oh, da geht das hier. Oh, das habe ich. Oh, das ist weg. Oh, da sind weg. Ein Gegner hat mich gesehen und ist von links nach rechts gelaufen. Ich weiß, wo er auftauchen wird. Genau das hier ist Airsoft, Leute. Geile Airsoftwaffe, geiles Wecker, geile Leute. Da ist doch einer, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe einen zweiten Sniper gesehen. Der war ein schöner Treffer. Läuft einer durch, genau in der Pose, wo der hinschiegt. Ist weg. Nein, den habe ich nicht gehabt. Okay, na komm, ein bisschen bewegen. Die Gegner haben langsam keine Lust mehr, also kommen wir zu ihnen. Aber ich muss wegen den beiden Snipern gut aufpassen. Die Karte ist da. Entschuldigung. Ja. Direkt in der Deckung. Halt! Ein Sniper scheint direkt vor uns zu sein. Mal sehen, ob wir ihn finden. Ich glaube, ich habe ihn. Der Sniper nimmt den Schuss sehr sportlich. Okay, wo ist der andere? Halt! Halt! Treffer! Halt! Halt! Schöner Schuss! Sniper walking! Und da habe ich den zweiten Sniper gefunden. Oder er mich. Und wisst ihr was? Solche Sachen haben mir früher den ganzen Spieltag versaut. Oder die ganze Woche oder den ganzen Monat. Aber inzwischen gibt es Leute wie Mario Lopez und Jan D. Die beiden unterstützen mich auf Patreon. Zusammen mit noch vielen, vielen anderen. Und das finde ich einfach nur genial von euch. Unglaublich genial. Vielen Dank dafür. So. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Muffin auf! Das war's von großartig. Danke! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.